Na gut, sehr bizarre, trotzdem halt Felder. Kannst du mir Brot geben? Ah, da... Da kann ich der Hälfte oder? Ähm, genau so. Wo ist die größere Hälfte? Hier, hier ist es. Da bin ich nur eine kleine Hälfte. So, ich glaube, das ist wenig. Welche? Ja, ok. Ja, ich habe einen Schlauer. Das ist die Meck nachgefunden, das ist noch schlecht gegen die Leben. Ja, der ist... Der ist noch mal von stehen geliebt. Ja, das ist mir gar kein Zuhand dran. Ja, gut, also... Ich kann jetzt hier auch beenden und wieder ein Rutschgeschehen machen. Ja, macht nichts, oder? Ah, das ist gestrattet wahrscheinlich auch nicht. Ja, das ist mir gar kein Schlauer mehr. Ja, gut. Ja, aber weiter aufgeben. Das heißt nämlich, du hast auch auf deinem Computer gleichzeitig aufgenommen und getrieben. Ja, aber das ist nicht das Problem. Das ist ja mein Problem. Dein Computer ist hier gut. Nur sei denn in seiner Erfahrung nicht. Ja, ja. Die Vermeidung ist wahrscheinlich auch nicht besser. Meine Interessen fühlen sich bei Interessen sehr scheiß. Nein. Nein. Uwe... Kommst du in den Wald? Äh, ja klar. Worte... Wissen... Wissen... Videobeschreibung. Wissen... 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 Wie ist das eigentlich? Nimm... Wissen... 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 Gäste... Wissen... 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 Das ist so, wir sind jetzt noch Fleisch. Nein, ja, ja. Ich weiß es nicht, ob man mich hört. Ich gehe nicht, ob man mich hört, weil ich hier nicht mein zweiten Sitzschirm habe. Ich sehe eine Schnitze vorne. Nein, das ist mein Schnitzelbrötchen. Mir ein Schnitzelbrötchen. Da noch ein Schnitzelbrötchen. Und der Pferd ist mit meinem Herz. Ey, du hast mein Schett gehauen. Das finde ich gar nicht gut. Das ist mein Schnitzelbrötchen in Ruhe. Das muss ich mein Schnitzelbrötchen mein Geld geben. Das haben wir nicht. Das ist mein Schnitzelbrötchen. Ich bin einfach nur vom Pferd zu stellen. Was muss man von dir? War früher? Ja, ich war noch kurz vor meinem Pferd alle gekommen. Das ist mein Schnitzelbrötchen. Mein Scherz holt sich selber ein. Ich bin dran. Ich weiß eigentlich wie das geht. Einfach links, wenn du das noch fährst. Ah, links? Dann schreckt man das doch. Ja, aber wenn ich einen rechten Blick drauf mache, dann setze ich mich bei dem drauf. Oh. Bei mir. So. Das ist gerade los. Ich bin gerade noch reingesperrt. Ich habe gar keinen Sperr. Ich bin gesperrt. Komm eine Scherz her! Komm eine Scherz her! Ich bin ganz beleidigt. Ja, rennt! Ja, rennt! Weg, weg, weg. Oh, da sind noch mehr Tömmel. Ich bin so auf der Feld. Also, mehr jetzt. Wer ist das? Warte, ich muss mir noch mal kurz in die Sperre. Nein, ich krieg auf die Sperre. Warte, hab kein Stein. Jetzt doch da fügt man nicht. Äh, 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 so. So, und so. Und zah. Alter, er ist einfach froh, er wird uns sehr hilf. Ja, klar. Vorher habe ich eine einzelne Fülle, dann sehe ich alles durch. Da ist Laver. 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 Die neue Mark von Laver. Laver. Von Laver. Also, ich trau noch mal zu oben und oben, dass ich dir gerne ein Einschränkler kann. Okay? Mit dem Eisen. Eisen, Eisen. Da ist noch eine Kohle. Die Kohlekraftwerke. Damit ich mir die Umwelt fast zu tun kann. Ach so, aber das ist was für Eisen? Ja, aber schau mal. Ich fack dir an, ich halte das alles hell. Schau mal. Ja, aber für mich nicht. Ja. Ja. Ja, wenn ich ihn in der Hand halte, wird ja auch nicht. Wow, zwei Backel. Dankeschön. Ja, ich hab auch zwei. Ich hab auch zwei. Mach mal eine. Mach mal eine. Bitte hier. Ich traf mal das Eisen an. Ja. Mach mal das Eisen. So, ich glaube, ich habe die Leute vorher. Oh, I am wanted to play Minecraft. 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 Und? Mhm. Oder? Oder? Also meint ist die andere andere. Ähm. Woher war ich jetzt hier? Wir brauchen jetzt noch eine Mama. Und wir brauchen Schwer tatsächlich Schweren. Ich hab schon Schweren. Eigentlich Schweren. Eigentlich Schweren. Eigentlich Schweren. Eigentlich Schweren. Guck mal, wenn wir die Jammer noch nicht verarbeiten. Okay, wenn wir die Jammer noch nicht verarbeiten. Dann mach ich jetzt eine Eisentwicklotte, wenn du meinst. Ja, mach. Ja, ich baue es ab. Dann mach ich jetzt. Warte, ich baue die Ecke ab. Ja, ja, ja. Und dann muss ich den Arama rein. Sehr gut. Hat er da. Hat er da mal rein? Schau mal, das ist ruhig bei mir. Ähm. 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 Ja, wir haben... Ja, wir haben... Ja, wir haben die Nacht verstrafen. Die Nacht verstrafen, das ist ruhig bei dir. Okay. Ich weiß nicht, ich brauche mein Bett. Okay. Man kann dann gebraten erst nachher von Essen oder... Ja, man kann auch nicht gebraten, aber die geben die weniger Essen. Hier ist überhaupt nichts. Ja, das ist gar nicht lang. Nicht auch gerade. Das ist auch langweilig. Das ist ein Schnappchen. Da kann man ein Schnappchen sein. Habt ihr richtig hoch? Hm. Kann man ein paar Tafeln dragen? Ja, ich bin getroffen. Sein Lebensstil ist erfüllt. Ja, der ist dann im Falle. Ja, nein. Hier. So. Ähm. So halte ich hier mal so. Hier ist hier die Hülle schon ziemlich. Naja. Das macht Prole. Äh. Verzweigt. Also kann sich hier gut verehren. Ja. Warte. Ich komme runter. Das ist ein Baby zum Baby. Ich bin gleich tot. Ja. Ja. Das ist ein Baby zum Baby. 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 Wird der tot? Jawoll. Und noch ein paar. Ich weiß gar nicht warum sich alle so aufsehen. Ich hab das Staufe. Hm. Ich will leben. Das hat nur. Weil. Doch hab ich gerade irgendeine Verhaftung. Gab mir Hexe Hilfe. Hexe. Ich glaube ich sterbe frei. Fess. 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 Das alles ist gut. So. Fess. Fess. Jetzt Shen, ja. Alter, das ist mir gleich schon. Fесс. Ich mag ja nicht warum. Ich habe gerade eine neue Welt. Okay. Wir brauchen Fakkel. Kannst du noch fackeln? Ich habe aber keinen Woll. Kommst du zurück? Hey, wo zurück? Ich habe gerade mit meinen Fakkel. Ich gehe jetzt mal kurz. Ich gehe mal kurz. Ich gehe mal kurz. Ich gehe mal kurz rein. Ich gehe mal kurz rein. Ich gehe hier hin und rein. Da oben. Ich gehe hin und rein. Du Scheiße. Das ist hier nur 3. Ich gehe mal kurz. Ich habe da noch viel reingelegt. Ich habe da noch viel reingelegt. Wie ein Prommel. Wer war in der Zwischenzeit hier? Sicher in der Aufnahme. Ich muss nur die Aufnahme schicken, damit ich für beide Parallele. Also so, ne? Versteht ihr? Hey, soll ich jetzt in den Hintergrund? Äh, hast du das mal gefragt? Wieso? Warum war das? Äh, ganz teurer, Mann. Nein, das bringt mich nicht. Ähm, wir machen eine Schalte. Kommst du da runter? Ich brauche noch Holz. Ich brauche Holz. Wie viel? 9. Warte, ich brauche mal noch Kacke hin? 9, weil ich hier wenig. Warte, ich brauche mal noch Kacke hin. Ich habe mich auf Kacke hin. Ich brauche noch Kacke hin. Was, wenn ich den umbringe? Dann gibt der mir, glaube ich, Sachen, oder? Kann sein. Ich schaue einfach mal. Ah, die machen ja richtig viel Schaden. Ich brauche mal. Erst mal was essen. Jetzt hast du ja einen Unsichtverfallskrank genommen. Na, toll. Ich spucke mich einfach an. Hat er nicht. Ich denke, wir würden sich eine Lava besitzen. Die haben sich, die spucken sich gegenwärtig an. Hehe. Cool. Ich kann die Lava besitzen. Hast du eine Lava besitzen? Hehe. Das eine brennt. Hilfst mir. Wir machen irgendwie richtig viel Schaden. Keine Ahnung. Ich habe es gut. Jetzt habe ich die Seile. Jetzt kann ich mein Pferd anseilen. Dann brauche ich nicht mehr so viel Zaun. Und die geben Leder. Ja. Warte, was? Ähm. Oh, cool. Hey, Leute. Haben wir eine Angel, die wir eine Angel getroffen? Angel? Ja. Nee, ich bin ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ach ja. Äh, okay. Warte, ich... Äh, sehle noch mein Pferd an. So, da wird sich hier... Dies ist so wird hier leuchten bei dir. So. So, das war das Video. Ähm. Ja, ich hoffe die Audioqualität war jetzt wenigstens ein bisschen besser. Ähm. Und ich versuche jetzt noch die Videoqualität. Also da waren ja diese komischen rot-grün-blauen Rinder. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm. Normal, wenn ich so spiele, kommt das nicht. Äh. Falls ihr so mehr tippt habt, könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche das bis zum nächsten Mal zu verbessern. Aber dann... Ciao.